einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch alle zusammen schön dass wir uns wieder eingefunden haben zu einem neuen video auf meinem youtube kanal heute reden wir über den hundetracker also den den tracker den gps tracker für hunde von der firma fresner den habe ich jetzt schon seit über einem jahr im einsatz und wollte euch meine erfahrungsberichte damit mitteilen und mal zeigen wie zuverlässig oder nicht zuverlässig der funktioniert also seid gespannt und bleibt dran und ich wünsche euch viel viel spaß bei diesem video ja der hundetracker hat eine kompakte größe wie ihr sehen könnt und zwar ist er 7,8 zentimeter in der länge 3,7 zentimeter in der breite und 1,6 zentimeter tief und wir hier schon gut erkennen könnt der wird mit einem klettverschluss um das hundehalsband gelegt und das klettband ist auch ausreichend bereit dass es auch für hundehalsbänder mit breiteren halsband stegen geeignet ist und dadurch dass das klettband eine ausreichende länge hat kommt uns das auch bei dem hunde geschirr zugute also ihr könnt je nachdem was ihr für euren kleinen liebling benutzt dass den fresner gps tracker sowohl am hunde geschirr als auch am normalen hundehalsband befestigen wie ich ja schon zuvor angemerkt habe besitze ich nun den gps tracker schon über ein jahr und genauso oft wurde auch das klettband schon benutzt und das hält immer noch fest und robust und ihr braucht keine angst haben dass der tracker einfach so verloren geht ja zu jedem elektronischen gerät was mit batterie betrieben wird braucht man ja bekanntlich auch ein ladekabel dass das problem löst hier fressnap so dass es mit einem ladepunkt induktiv geladen wird der tracker ihr habt also kein kein steckplatz wo ihr usb c ladestecker reinstecken müsst ich denke mal das wird fressnapf auch deswegen so lösen weil der tracker ja auch bis zu einem meter tiefe wasserdicht ist und eine ip67 zertifizierung besitzt was auch ganz ganz großer pluspunkt hier ist dass das ladekabel bzw ladepuck auch schon mit dem lieferumfang enthalten ist ein netzstecker braucht ihr aber trotzdem noch so dann schauen wir doch mal rein also käuflich erwerben kann man den auf der seite von fressnapf dazu gibt ihr einfach nur fressnapf hundetracker ein und dann findet ihr den eigentlich schon ziemlich weit oben und auf der fressnapf seite steht dann beschrieben dass wir sehen könnt dass zum einen kriegt ihr wenn ihr dort einkauft 37 payback punkte aktuell ja das ist schon mal sehr viel wert und dann könnt ihr den in verschiedene farben aussuchen das klappt damals bei mir nicht als ich den geholt habe da war der noch ziemlich neu gelb orange blau und rot so dann öffnen wir die fressnapf app von dem hundetracker und hier kommen wir schon mal in das interface hier wird uns oben links zum beispiel die zurückgelegte strecke angezeigt die euer hund mit dem getragenen tracker an dem tag hier in dem fall am samstag den 14 zurückgelegt hat dann habt ihr einmal die dauer wie lange das gedauert hat und unten könnt ihr bei routen lang scrollen da wird euch alle routen an dem tag angezeigt die ihr schon zurückgelegt habt und da seht ihr auch das zeige ich euch gleich nochmal grafisch wird es halt richtig dargestellt und getrackt wo ihr und durch welche straße erlang gelaufen seid so hier habe ich euch jetzt mal die beispielroute raus gesucht da waren wir im jungfern heideforst mit dem hund und da seht ihr halt wie der tracker die wegpunkte sozusagen aufgezeichnet hat wir sind vorne an der straße haben wir begonnen sind dann weiter hinten schlaufe gelaufen und dann den gleichen weg wieder zurück die ganze zeit hat eine stunde 13 gedauert und waren 2,8 kilometer ihr habt die möglichkeit bis zu 20 tage zurück zu spulen also ihr könnt euch eure aufgezeichneten routen und strecken 20 tage lang in der vergangenheit nachträglich angucken und schauen wie lange ihr mit ihrem hund unterwegs wart das ist ein sehr gutes feature wie ich finde weil so könnt ihr auch immer gucken oder kontrollieren dass sie auch wirklich eurem hund lange genug an dem tag auslauf gewährt habt oder ihr probiert habt mit dem hund lang genug eure gassi runden zu timen in der unteren leiste hier in der app könnt ihr noch sehen ihr könnt einmal die direkte ortung anwählen das heißt wenn ihr darauf klickt dann wird euch direkt der standort vom hund angezeigt dann die aktivitäten das ist das worüber wir gerade gesprochen haben dann habt ihr die möglichkeit die gesundheit anzuklicken worauf ihr dann dieses untermenü kommt wo euch der kalorienbedarf und der wasserbedarf des hundes im allgemeinen angezeigt wird und dann habt ihr rechts noch die möglichkeit auf mein konto zu klicken und da wird euch dann halt könnt ihr halt eintragen euren hundenamen euer gewicht des hundes wann er geburtstag hat bei mir ist es halt alles ausgefüllt und ihr hättet auch noch die möglichkeit euch bei finde fix zu registrieren was wir jetzt aber nicht gemacht haben weil wir schon bei tasso registriert sind und das hat meiner meinung nach gereicht so und zu guter letzt könnt ihr wenn ihr oben auf den hundenamen eures hundes klickt noch einen weiteren tracker oder noch mehrere tracker hinzufügen und so könnt ihr die verschiedenen tracker bei verschiedenen hunden halt direkt separat einspeichern damit ihr immer wisst wo welcher tracker zu welchen hund gehört ja wenn einer von euch erfahrung mit diesem produkt hat gerne unten die kommentare schreiben mich interessiert was ihr dazu zu sagen habt oder falls ihr euch für so ein teil interessiert wie gesagt checkt mal auf der fressnapfseite das produkt aus und probiert es einfach aus mittlerweile kostet er 74,99 ich glaube zu denken ich habe auf jeden fall unter 70 euro dafür bezahlt vor einem jahr aber ist ja alles teurer geworden von daher so und jetzt noch mal zu den kleinen schwachstellen diese punkte die wir nicht so gut gefallen haben wenn wir diesen wenn wir mit dem hund draußen sind zum beispiel und der tracker der tracker ist ist ja aktiv und ihr wollt die app wieder öffnen und ihr habt sie vorher nicht komplett geschlossen passiert es manchmal dass er nicht in echtzeit genau das aktualisiert sondern ihr müsst die app wieder in eurem task manager oder bei apple also bei dem iphone jetzt müsst ihr die anwendung schließen und wieder neu öffnen die app und dann wird es erst wieder richtig angezeigt das ist der eine punkt wo ich sage manchmal ein bisschen ätzend aber das ist meckern auf hohem niveau dafür dass ihr kein abo modell habt der zweite punkt der mir aufgefallen ist ist halt dass er manchmal die strecke ein bisschen verschluckt oder es nicht richtig hundertprozentig trägt also die wegrundführung wo uns dann anzeigt was ich von gezeigt habe die strecke wir zurückgemacht haben das ist der zweite punkt und der dritte punkt der mir seit ungefähr drei monaten sehr stark eigentlich auf den sack geht ist dass jedes mal die anmeldung startet den feedback von mir haben wollen dass ich aber nicht machen will und egal auf was ich drücke leiten nämlich weiter auf neue seite schließlich die anwendung wieder kommt nächstes mal wenn ich die app start aber wieder das heißt eigentlich ist man dazu gezwungen ein feedback zu geben oder sich zumindest kurzzeitig damit zu beschäftigen um dass es dann nicht mehr aufploppt also da würde ich mir erwünschen dass sie dass sie das so probieren dass es wirklich auch freiwillige basis ist und nicht jemanden so krass auf den sack zu gehen mit diesen und diesen scheiß feedback ich verstehe dass dass die ein feedback für ein produkt haben wollen aber ich möchte das egal wie das ist selbst entscheiden ob ich gerade lust habe ein feedback zu geben oder nicht und nicht daran erinnert zu werden ähnlich wie bei amazon da kriege jeder bestellung eine e mail kann ich aber löschen und ansonsten juckt mich das nicht das würde ich mir auch wünschen ansonsten gibt es von mir für dieses produkt ganz klaren daumen nach oben weil der tracker funktioniert für unsere meine bedürfnisse sehr gut und auch für das geld was man dafür bezahlt hat genau das war ein kleiner einblick nach einem jahr kleines preview nach dem tracker wie gesagt noch die erste generation und ja letztendlich müsst ihr entscheiden ob ihr euch so ein tracker zulegt ich finde es sehr sinnvoll und uns hat es auf jeden fall preis leistungsverhältnis gut getan in diesem sinne bis zum nächsten video